Die VHS ist bekannt. Sie ist vielleicht noch nicht so bekannt im Hinblick auf die berufliche Fortbildung. Und gerade die VHS Frankfurt hat ja einen Schwerpunkt im Bereich Arbeit und Beruf und ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen prominenter machen. Aber ich sehe da eine tolle Zukunft voraus.